Gute und herzlich willkommen zurück hier im Landwirtschaftssimulator 22 im Projekt Hofgutwellwirt. Schön, dass ihr da seid. Es gibt eine Menge zu berichten. Ich habe euch jetzt mal für ein kleines Update zwischen der Traubenernte und der Olivenernte mit dazugenommen und wollte euch jetzt ein Update geben dazu. Wie ihr hier seht, bin ich mit einem Fremd-GT unterwegs, der Oliven am Start hat. Und da fahren wir jetzt mal hoch zur Ölmühle. Das habe ich hier zwischengelagert, weil wir haben ja noch Restbestand in der Ölmühle drin. Das heißt, ich konnte euch nicht ganz transparent dann zeigen, was wir eingegeben haben, also als Input hatten. Wir sind jetzt mit der Traubenernte fertig geworden. Das zeige ich euch auch gleich alles nochmal in der Übersicht. Nichtsdestotrotz haben wir viel, viel geschafft in der Zeit. Ich habe jetzt zwei Stream-Sessions gehabt und wir müssen nur noch Feld 40 ernten mit Oliven. Die Traubenernte ist vollkommen abgeschlossen. Und ich kann nur soweit sagen, sehr erfolgreich. Wir haben die den erwarteten Ertrag geschafft. Das ist schon mal sehr gut. Bei den Oliven bin ich mir nicht ganz sicher, weil da was mit der Düngung nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich habe ich es so verschwitzt einfach. Aber es ist, wie es ist. Kann man nichts ändern. Wir fahren jetzt die hier mal schon mal rein. Und dann starte ich mit euch die Traubensaftproduktion. Und gebe euch ein Update darüber. Wie der aktuelle Stand ist. Wir hatten auch Probleme. Das kann ich euch auch schon mal erzählen. Wir hatten auch Probleme mit den Missionen. Ich habe wieder gegrubbert und ich war auf der Ansat unterwegs. Beides hat sich als nicht so easy herausgestellt im Handling. Das bedeutet, auf der 36 hatten wir diesen 17.000 Euro Ansatauftrag, der sich extrem gezogen hat aufgrund der Feldform. Da hatte ich einfach vergessen am Anfang, das vorgewendet zu machen. Und die 32 habe ich wieder im Heuschreckenverfahren gemacht, was diesmal extrem in die Hose gegangen ist. Dadurch, dass wir zwei verschiedene Grupper benutzt haben. Wir hatten einmal einen ganz normalen Grupper und einmal einen Flachgrubber. Und das hat das Spiel oder die Mission so verwirrt, dass sie nicht als abgeschlossen gewolltet werden. Und ich muss sie abbrechen. So, jetzt schaut euch den Weg hier mal an. Also ich finde, wir haben das Weingut und die Ölmühle bestmöglich eingebunden. Guckt es euch mal an. Ist doch wunderschön hier. Wir müssen auch noch Unkraut spritzen hier. Auf jeden Fall. Das machen wir auch noch. So, und dann geben wir das mal hier rein. Hier, schön, guckt es euch an. Schön im Schatten gelagert, dass die Oliven nicht schlecht werden. So, jetzt können wir das hier schön ablassen. Denn die Brücke, die Kipperbrücke, habe ich zum Beispiel noch nie benutzt. Ah, jetzt haben wir schon was rein. Ne, haben wir nicht. Ich wollte es euch ja erst mal zeigen, was wir an Oliven noch drin hatten. Also, wir haben an Oliven noch 4.431 Liter drin. So, gestort haben wir im Bahnhof Silo Nord 24.000 Liter. Was ja 12.000 Liter Öl gibt. Und wir haben hier noch 4.500 Liter in dem Fendt GT drin. Und wir haben noch zu ernten die 40. Wie ihr seht, wir waren mega fleißig in den Stream Sessions. Das hat auch viel Zeit gekostet. Also, das wäre jetzt bestimmt 5, 6 Stunden gewesen. Dadurch, dass man das nicht automatisieren kann, dauert das extrem lange. Deswegen habe ich es im Stream gemacht. Sonst hätten wir jetzt eine Erntesession von 5, 6, 7 Folgen. 8 Folgen. 10 Folgen sogar. Wenn ich immer so eine Viertelstunde mache. Das Let's Play. Deswegen habe ich es im Stream gemacht. Wenn ihr den Abschluss der Olivenernte sehen wollt, dann schaut doch gerne. Ja, wahrscheinlich bin ich gerade live, wenn das Video online kommt. Normalerweise habe ich mir vorgenommen, um 14.30 Uhr zu starten. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich habe aktuell privat viel um die Ohren zu regeln. Mein Auto ist kaputt gegangen. Es ist in der Werkstatt. Und ich hoffe, dass ich es morgen, also heute am Donnerstag, wieder zurückbekomme. Und da weiß ich nicht, weil ich online komme. Aber fest geplant ist, Donnerstag Nachmittag den Stream zu starten. Link ist unten in der Videobeschreibung. Schaut vorbei. Wir quatschen da viel über den LS, was die Zuschauer gerade für Karten spielen. Wir haben jetzt die letzten zwei Sessionen extrem viel drüber gesprochen, wie es um die zwei Fruchtarten steht. Was passiert mit Precision Farming. Und jetzt wieder zurückzukommen auf das Let's Play, was der zu erwartende Höchstumsatz ist. So, und dann kommen wir jetzt. Kann ich euch zeigen. Und dann starten wir das auch gemeinsam. Deswegen nehme ich euch mit rein. Die Traumensaftproduktion. Ihr seht, wir haben hier 75.680 Liter Trauben geerntet, was circa dem Wert vom Vorjahr entspricht. Was mir sehr gut gefällt. Wir haben 20% Verlust in der Produktion. Also ein Fünftel sind 20% nach Adam und Riese. Und insgesamt mit dem Höchstwertpreis, den wir bekommen für Traubensaft, der liegt nämlich bei 5.500 Euro. Ich habe es mit 5.000 gerechnet. Kriegen wir 300.000 Euro raus an Umsatz. Wenn wir alles im Oktober verkaufen. Das heißt, wir müssen die Jahresproduktion komplett halten. Ein Jahr lang. Ist zu überlegen, ob wir es machen oder nicht. Da machen wir uns noch Gedanken drüber. Selbe ist mit dem Olivenöl. Wenn wir das auch halten, kommen wir auf 130.000 Euro aktuell ohne Feld 40. Und dann kommen wir so mit den zwei Früchten auf 430.000 Euro Umsatz, wenn wir alles zu Bestpreisen verkaufen. Was ja nicht der Realität entspricht. Deswegen, vielleicht schreibe ich mir auch auf, wenn wir peu a peu verkaufen. Und oder, jetzt kommen wir dazu. Wir haben ja eh überlegt, ob wir uns, wenn wir ein neues Grundstück mieten, da so eine Art Weinstube mit drauf machen. Also ein Restaurant als Verkaufspunkt und es unsernennen. Bisschen schön dekorieren. Pipapo. Ja. Das haben wir ja überlegt. Darüber spreche ich ja jetzt schon seit längerem. Und jetzt kam noch was raus von der Oma Tana, was das natürlich befeuert. Und das sind die Hofparkproduktionen, die einfach wunderschön sind. Guckt's euch an. Wir haben hier eine Kartoffelproduktion. Was ich, auf was ich gehen würde, sind Pommes. Frankreich-Setting. Pommes, ganz groß. Dass wir Pommes produzieren. Vielleicht, äh, äh, die, äh, nicht die Bäckerei. Dass wir hier auf Molkerei-Produktion gehen, im Sinne von, ähm, Erdbeereis. Pommes, können wir nämlich machen. Erdbeereis, Pommes und ich würde gerne Salat machen. Ähm, das bedeutet, also Tomatensalat. Ähm, dass wir da so eine kleine Produktionsstätte machen, mit einem schönen, ähm, malerischen Verkaufsgebäude. Wo sind die denn? Verkaufsstationen hier. Ja, haben wir nämlich wunderschöne Laden-Verputzt-Laden. Ich wäre aber gerne für, für sowas. Oder, äh, für, für das Restaurant. Mal gucken, ob da auch... Da haben sich die Standardfrüchte nicht eingetragen. Aber dann machen wir da so eine kleine Marktecke. Oder einen Marktstand. Kannst du, können wir alles verkaufen am Marktstand. Also, da machen wir es uns noch ein bisschen gemütlicher auf der Karte. Das ist der Plan. So. Ähm, jetzt laden wir erst mal ab. Ja, auch wunderschöne Animationen. Schön nach vorne weg. Ihr habt gesehen, was für Mengen wir haben. Ja, jetzt kommen wir noch zu was Schönem. Jetzt machen wir mal hier aus. Was... Wir haben Nachwuchs bekommen. Wir haben endlich, nach, nach 14 Monaten, haben wir Nachwuchs bekommen. Guckt's euch an. Wir haben vier neue Angus-Rinder. So. Ähm, die Angus-Rinder steigen immer noch im Wert. Ich weiß gar nicht, wann der Sweet-Spot ist, die abzustoßen. Fakt ist, wir haben jetzt nur noch Slots für drei Rinder auf der Kuhweite. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall was abstoßen. Ich denke, das machen wir dann in der Winterfolge. Und holen dafür Milchvieh. Weil wir brauchen ja Milch fürs Eis. Ja. So. Das ist so der Plan. Und was ich noch gemacht habe, ich habe die Tomaten auf behalten gesetzt. Weil wir haben ja jetzt den LKW für zu kühlende Produkte. Ja. Und, ähm, auch für Traumensaft logischerweise. Den aktivieren wir jetzt. Ja, zusammen. Ich freue mich drauf. Achtung. Ein historischer Moment für das Hofgut Wellbert. Wir sind im Traumensaftgeschäft. Jetzt läuft's. Und ich bin gespannt, ob wir mit den 75.000 Liter die Produktion das ganze Jahr befüttern können. Oder ob wir nochmal in Land investieren müssen, um mehr Trauben zu produzieren. Meiner, meine Berechnung zufolge auf einem separaten Spielstand, habe ich's ausgetestet, dürften wir maximal anderthalb Monate leerlaufen. Und das nehme ich in Kauf, weil das rentiert sich definitiv nicht für ein neues Stück Land. Dann hätten wir Überkapazitäten in der Produktion. Und jetzt zeige ich euch noch was. ähm, hier am Hof. Der Wellbert ist gerade hier drin. Wir laden jetzt noch zum Abschluss der Folge sozusagen das Update zwischen den Streams. ein bisschen in unseren neuen LKW rein, ja. Weil er ja auch kühlt. Guckt's euch an. Hier werden einfach die, äh, die Paletten umgewandelt. Die werden jetzt eingesaugt. Und hinten erscheint einfach eine neue. Ist das nicht cool? Also der, 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 das Cargo-Set von Hot ist einfach der Hammer. Und so werden wir jetzt immer wieder, solange wir keine Hofproduktion haben, die wir natürlich, ähm, eventuell noch gar keinen Platz für haben, fällt mir gerade so ein. Also da, also ist durch dieses Hofpack von Umatana, äh, sind so viele neue Möglichkeiten hier für das Let's Play, äh, aufgehört, tun sich auf. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Und es freut mich sehr, ähm, die Produkte weiter zu verarbeiten. Macht einfach Sinn, ja. Da seht ihr, da hinten seht ihr übrigens die, den Olivenvollernter und den Karat. Mit dem ich da, äh, fleißig Bahn um Bahn ziehe. Ja, da machen wir noch eine Palette, würde ich sagen. Hier sind alle weg, gut. Und dann machen wir die Gabel mal ein bisschen schmaler. Und so. Und dann können wir sie vielleicht so wegfischen. Ja, mit dem Riesending sieht man nix. Äh, ein bisschen hier. Alles nach Gefühl. Ich freue mich, wie die das in echt machen. Hühner haben wir auch versorgt. Rinder haben wir zwischendrin auch zweimal versorgt. Da ist ja immer noch das Problem, dass da das Heu und das Gras einfach massig drin ist. Und die tatsächlich, äh, äh, last in, first out mäßig, äh, fressen. Also das, was als letztes reingegangen ist, geht als erstes raus. Ja, gut. Und dann würde ich sagen, habe ich euch jetzt hier so ein kleines Update gegeben, beziehungsweise, äh, mitgenommen, für die, die nicht im Stream waren. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierher. Wie gesagt, wenn das Video live kommt, online kommt, bin ich wahrscheinlich live. Toi, toi, toi. Dann bedeutet, dass mein Auto wieder fahren kann. Ist ja auch ganz wichtig. Trotz den ganzen Spritpreisen gerade. Aber, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich drüber sehr freuen. Schaut auf dem Twitch-Kanal vorbei. Schaut in den Socials vorbei. Auf Instagram poste ich immer die aktuelle Lage, äh, wie es gerade ist. Und dann kann ich nur sagen, lasst es euch gut gehen. Tschüss.